so wissen wir da ich habe immer noch keine ahnung wo ich das falschen lernen kann keine ahnung ich habe echt keine ahnung wo ich das lernen kann deswegen ich weiß auch nicht ob wir jemals mal weiterkommen werden ich habe keine ahnung wo ich das machen kann falschen level 2 also ich müsste schon level 1 haben aber wo denn bei inventar bei skills ich habe jedoch gar nichts ich schaue mir das mal an keine ahnung also ich habe keine ahnung wo wollten wir jetzt 106 ja genau 106 so da brechen wir es einfach ein und das oder ich hasse das so sehr das nimmt so viel zeit da können wir so leicht erkannt werden keine ahnung wie man das richtig macht ich drücke halt einfach es keine ahnung wie genau hier waren wir glaube ich schon mal ne da haben wir einen richtig großen raub gemacht hier haben wir uns nämlich versteckt ne da kann ich mich noch erinnern ja so alles ist oben ok spüle und teller spüle auch und dann nehmen wir aber noch was mit das zum beispiel das auch heute sind wir mal der wasendieb geld kassieren wir auch naja mehr gibt es hier glaube ich nicht zu holen ja dann hauen wir einfach ab so bei der 105 da ist auf jeden fall schon jemand einer schläft bei der 104 bei der 105 waren wir noch nicht oder doch wir waren schon bei der 105 wir waren glaube ich schon mal bei der 105 aber ich schaue da noch mal rein so die da ich weiß es nicht ist ich muss irgendwo genau es geht die da weg genau hier ist schon mein bett zum verstecken das ist schon mal gut geld ist auch gut kopfhörer die sind bestimmt viel wert festnetz kommen braucht keinen schwein gelbe was grüne was kommen eine weg jetzt habe ich diese scheiß grüne was noch mal genommen vom kopfhörer genau ich schaue da noch mal rein hier kann ja schon mal was sein geld zum beispiel ja gut hier ist nichts mehr also jetzt sind wir richtig dreist ne also jetzt sind wir mal richtig dreist hier gibt's nix hallo ja ich weiß wir verstecken uns jetzt und dann hauen wir ab da haben wir genug ich weiß nicht wie man dieses falschen freischalten kann ich schon mal kurze vor meinem handy die suchen wir jetzt sowieso da muss ich mal schauen ich weiß nicht wie man das freischalten kann Da muss ich mal schauen In der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall Wissen Wie ich das freischalten kann So, der hat sich wieder hingelegt Das ist super Komm So ein schlechter Diebe Wir sind richtig dreist, oder? Was denkt ihr? Den Fernseher nehmen wir gleich mit Jetzt entdecken die mich Keine Chance Ja, komm Penner, blöder Ja, okay Wir müssen jetzt aufhören Das war ein Zeichen Wir müssen jetzt auf jeden Fall aufhören Ich weiß nicht wie Ich weiß nicht Wie lange ich schon Aufnehme Oh nein Was ist hier Spüle Teller, okay Ja, komm Dann machen wir nur das Und dann hauen wir ab Dann kriegen wir ja schon 400 Ich nehme noch das Cash mit Aber ich werde jetzt nicht Noch großer suchen Den Fernseher nehme ich noch mit Wenn ich einen finde Wenn ich ihn nicht schon geklaut habe Was gibt es hier noch? Hier war Cash, ne? Hier, genau So, dann schauen wir mal Hier war nix, okay Hier oben aber, ne? Genau Das sind richtig, richtig dreist Naja Interessert mich da nicht Nein, die sind bestimmt viel wert Oh nö Ich kann diese Weingläser nicht zerstören Komm, die Mikrowelle nehme ich aber mit Also Dann nehme ich einen Wein raus Dafür nehme ich dann die Mikrowelle Und die Kaffeemaschine auch Komm Schmeißen wir die beiden Weine raus Und dann nehmen wir die Festnetz, okay Immer noch Ne, komm Dann nichts Komm Wir hauen ab Ach du scheiße Okay Dann können wir gleich beim Nachbarhaus einbrechen Dann müssten wir Dann müssten wir Das Fenster zerschlagen Und dann gibt es wieder Alarm Da habe ich keinen Bock drauf Komm Wir hauen jetzt ab Wir haben genug Wir hauen jetzt einfach ab Wir sind scheißegal Ich hau jetzt ab Hier würde ich auch mal so gern einbrechen Komm Wir klingeln mal Ach du scheiße Oh nein Das war so schlecht Jetzt nochmal Oder Boah ich habe da so keinen Bock drauf Komm Ich breche einfach das Fenster ein Ist mir doch scheißegal Ich werde hier nicht die Türen aufbrechen Oder Wäre aber schon sinnvoll Bisschen Das bisschen leiser zu machen Komm wir klingeln mal Ich weiß Das ist richtig Richtig frech von mir Sag nicht Der hat mich nicht gesehen Alter Was Komm jetzt machen wir noch Spül und Teller und dann verschwinden Okay So machen wir das In der nächsten Folge geht es weiter Wie mal jetzt auch Pause Also ich mache jetzt diese Folge noch zu Ende Und dann höre ich auch auf aufzunehmen Und dann Mal hier am nächsten Tag Oder so weiter Aber ihr könnt bei mir was zu lachen sehen Also Ihr könnt zwar hier keinen Erfolg sehen Unbedingt Aber Lachen könnt ihr auf jeden Fall von mir Ja Nee komm Ich habe da keinen Bock mehr Wir machen jetzt hier Schluss Ich fahre nur schnell nach Hause Und dann Speichert der es Ja Und dann Der Checkpoint ist schon gespeichert Keine Ahnung Wir fahren jetzt auf jeden Fall nach Hause Ich habe jetzt keinen Bock mehr So Genau So Funhaus Schauen wir mal Vielleicht haben wir ja noch was Nee ich glaube nicht Willkommen zurück Ja Nix So Dann nach Hause Und dann machen wir Schluss für heute Dann haben wir genug geklaut So Genau Und damit beende ich diese Folge Wenn es euch gefallen Würde mich sehr bei ein Like Abo und Kommentar freuen Dann Wir sehen uns in der nächsten Folge Also dann Tschüss